Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Attack on Titan Video hier auf meinem Kanal. Heute mal mit so einem halben Spekulationsvideo, denn ich rede hier eigentlich irgendwo auch über eine Tatsache, aber die auch am Ende mit einer Art Spekulation einhergeht, deswegen nenne ich das Ganze hier so. Es dreht sich nämlich heute um Erens potenzielle neue Titanen-Wanderkraft mit dem Moorhammer-Titan und ob er auch vielleicht damit in der Lage wäre, den Kristall von Anni zu zerstören. Denn seit dem letzten Kapitel steht die Umverteilung von gewissen Titanen-Kräften bevor oder ist meiner Meinung nach auch schon geschehen. Und in diesem Video werden wir wie gesagt über die Kräfte des Woorhammer-Titans bei Eren Jäger sprechen. Und ganz ehrlich Leute, wie lange haben wir uns eigentlich gefragt, wie der Woorhammer-Titan aussieht, was der Woorhammer-Titan ist? So ewig lange stand das im Raum und dann haben wir es endlich gezeigt bekommen und wir dachten erst, es wäre Willi Tyber gewesen und dann war es letztlich doch seine Schwester, die wohlgemerkt, Leute, die wohlgemerkt bis zum jetzigen Punkt keinen richtigen Namen hat. Sie wird immer noch Mrs. Tyber oder Schwester Tyber genannt und das finde ich schon irgendwo makaber. Sie ist immerhin eine Titanen-Wandlerin und sie hat keinen eigenen Namen bekommen. Ja, richtig unrühmlich und man muss auch noch sagen, ihr Auftritt als Titanen-Wandlerin ist noch kürzer als der Auftritt oder beziehungsweise die Auftritte von Anni oder Ymir. Denn haltet euch mal vor Augen, wie lange haben wir eigentlich Anni und Ymir gesehen? Das ist nicht sonderlich lange gewesen. Anni hat vielleicht sieben, acht Folgen als Titanen-Wandlerin wohlgemerkt gehabt und bei Ymir war es ähnlich. Und wenn diese Chapter im Anime irgendwann umgesetzt werden, dann wird Mrs. Tyber wahrscheinlich keine vier, fünf Folgen haben, in denen sie vorkommt. Und das finde ich schon krass, das muss man nur noch mal so, ja, aussprechen, finde ich. Und wie gesagt, die Frage, die ich unter der letzten Kapitel-Review mega häufig bekommen habe, ist die, ob Eren jetzt eigentlich wirklich die Kraft des Warhammer-Titans bekommen hat. Und ich persönlich habe das ja eigentlich schon relativ ausdrücklich in meiner Review erklärt. Ich mache das Ganze jetzt hier aber noch mal für euch, damit ihr das Ganze richtig auf dem Plan habt. Eren hält in diesem Kapitel den Jaw-Titan beziehungsweise Porco extra seitlich, Leute. So kann er die Rückenwachsflüssigkeit, ja, die aus Mrs. Tyber dann beim Knacken des Kristalls hervorkommt. So kann diese Rückenwachsflüssigkeit nicht, explizit, Leute, ich sage es nochmal, nicht in den Rachen von Porco beziehungsweise in den Rachen des Jaw-Titans fließen, sondern fließt einfach runter zu Eren Jäger. Und wir sehen das Ganze auch richtig gut daran, wie Porco reagiert, ja. Porco battelt förmlich. Er bittet Eren darum, natürlich kann er es nicht aussprechen, er bittet ihn darum, dass er aufhört, weil er immer wieder sagt, Eren, hör auf, er weiß genau, was mit Mrs. Tyber passiert, dass sie nicht nur stirbt, sondern dass auch ihre Titan-Wanderkraft an Eren übergeht. Denn wenn sie an ihn gegangen wäre, also an Porco, dann hätte er sich natürlich immer noch aufgeregt, gar keine Frage, aber es hätte natürlich keinen Nachteil für Marley gehabt, zu ihm mindestens keinen so großen, als wenn Eren diese Kraft bekommt. Das drückt das Ganze nochmal sehr, sehr gut auch. Auch, Leute, drücken Errens Augen, das habe ich in der Review auch gesagt, drücken sehr, sehr klar aus, dass er gerade die Kraft des Warhammer-Titans empfangen hat. Und dahingehend habe ich auch noch eine ganz, ganz gute Idee von euch gelesen, ja. Nämlich, dass Eren in dem Moment nicht nur die Kraft des Warhammer-Titans bekommen hat, sondern dass er auch die Erinnerung von Mrs. Tyber geerbt hat. Deswegen schaut er so nach oben, seine Augen sind so weit geöffnet. Ist eine sehr, sehr gute Idee, wie ich sehr, sehr finde, eine sehr, sehr gute Annahme. Ich finde aber, dass an dieser Stelle nur eines bestätigt ist durch diesen Blick von Eren und das ist, dass Eren die Kraft des Warhammer-Titans erhalten hat. Kommen wir jetzt zu einer weiteren, sehr, sehr wichtigen Frage bezüglich der Kraft des Warhammer-Titans, was auch sehr, sehr häufig gefragt wurde von euch. Das ist nämlich, ob Eren in der Lage ist, die Kraft des Warhammer-Titans überhaupt zu benutzen. Und für den einen oder anderen klingt es jetzt so, warum fragst du das überhaupt, Kevin? Wieso sollte man sich das überhaupt fragen? Das ist doch offensichtlich, klar kann er das. Aber irgendwo ist diese Frage auch berechtigt, weil viele nehmen wirklich an und behaupten schon felsenfest, dass die Tyber-Familie königliches Blut hat, dass die Mitglieder der Tyber-Familie von königlichem Blute sind und dass man deswegen auch königliches Blut benötigt, um den Warhammer-Titan zu benutzen. Das ist eine Annahme, Leute, die habe ich so unglaublich oft gelesen. Und was soll ich dazu sagen, Leute? Das ist einfach in keinster, in wirklich keinster Art und Weise bestätigt oder meiner Meinung nach ist es noch nicht einmal irgendwo angedeutet worden. Aber warum glauben die Leute das überhaupt? Nun, die Leute glauben das, weil die Tyber-Familie wohlhabend ist, weil sie wohlhabend leben und nicht in dem Ghetto verweilen müssen, obwohl sie ja selbst auch Eldia sind. Aber Leute, das liegt nicht daran, dass sie irgendwie der königlichen Familie angehören oder sowas in dieser Art und Weise, sondern das liegt daran, dass sie quasi die Wohltäter der Mali gewesen sind, die sich gegen die eigentliche königliche Familie der Eldia aufgelehnt haben, gegen sie rebelliert haben. Wir wissen natürlich aus heutiger Sicht, dass das nicht wirklich so war. Das ist ja quasi eine Lüge gewesen, die da aufgebaut wurde. Aber das ist für die Mali immerhin so. Die königliche Familie ist mit dem königlichen Blut natürlich ausgestattet und das ist die Fritz-Familie beziehungsweise die Reisfamilie, der auch Historia beziehungsweise Christa angehört. Die Tyber waren beziehungsweise sind einfach nur einer der neun Clans, die bis vor 100 Jahren eine der Titanen-Wanderkräfte inne hatten. Das habe ich ja auch schon mal erklärt. Bis vor über 100 Jahren gab es neun verschiedene Clans der Eldia und jeder dieser Clans hatte eine eigene Titanen-Wanderkraft und wie gesagt, die Tyber waren davon eben eine dieser. Daher benötigt Eren in dieser ganzen Theorie auch kein königliches Blut, um den Warhammer-Titan zu benutzen. Anders ist es natürlich offensichtlich bei dem Founding-Titan, den er auch hat. Aber das ist ein komplett anderes Thema, denn dafür braucht er, wie gesagt, königliches Blut. Aber vielleicht habt ihr dazu ja auch noch Anregungen. Habt ihr dazu noch Ideen? Schreibt mir das ab in die Kommentare, bevor wir zum nächsten Thema übergehen. Denn jetzt, wo wir das geklärt haben, reden wir mal darüber, ob Eren eigentlich in der Lage ist, die Kraft des Warhammer-Titans auch schon sofort zu nutzen. Denn viele glauben, hey, Eren muss doch jetzt erstmal richtig ordentlich trainieren, damit er die Kraft überhaupt drauf hat. Er ist ja zum Beispiel auch am Anfang, als er sich die ersten Male in den Attack-Titan verwandelt hat, immer ausgerastet hat, seine Kraft nicht unter Kontrolle gehabt. Und daher kam wahrscheinlich auch die Frage von euch sehr, sehr oft. Auch kam die Frage, weil viele von euch sich gewundert haben, wieso hat sich Erens Titan nicht sofort verändert, als er die Rückenmarksflüssigkeit von Mrs. Tibor aufgenommen hat? Oder warum ist Eren nicht aus dem Nacken seines Titans sofort herausgekommen? Nun, das ist einfach, weil Eren natürlich sofort ein Titan-Wandler ist. Er ist schon ein Titan-Wandler, da kommt er nicht aus dem Nacken eines hirnlosen Titans raus, weil er ja eben kein hirnloser Titan ist. Das ist relativ einfach beantwortet. Und zum anderen ist es auch leicht erklärt, weil Eren ist ja schon ein Titan gewesen in diesem Moment. Ja, er hat sich in den Attack-Titan verwandelt. Dieser ist schon komplett fertig erstellt gewesen und dahingehend wäre frühestens bei der nächsten Verwandlung die Gestalt des Warhammer-Titans möglich gewesen. Ich persönlich bin ja auch fest davon überzeugt, dass Eren sich vor der Verwandlung in einen Titan entscheiden muss, in welchen Titan er sich verwandelt. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, Leute. Das verlinke ich euch oben rechts in der Infocard. Ich bin nämlich der Meinung, dass, wie gesagt, die Titan-Wandler sich entscheiden müssen, in welchen Titan sich verwandeln, wenn sie mehrere Titan-Wandler-Kräfte haben. Das haben wir bei Eren bisher nicht gesehen, weil er sich ja in den Fauning-Titan nicht verwandeln kann, weil er kein königliches Blut hat, weshalb er immer nur der Attack-Titan geworden ist. Ich hoffe, dass es relativ klar rübergekommen, dass ihr das hier verstanden habt. Wie gesagt, ansonsten schaut in die Infocard für das Video. Ich gehe übrigens auch fest davon aus, dass Eren in kürzester Zeit lernen wird, wie man die Kraft des Warhammer-Titans benutzt. Denn, sind wir mal ehrlich, Leute, Eren ist ein unglaublich starker Titan-Wandler. Er ist so gut geworden in den letzten vier Jahren nach dem Timeskip. Und ich glaube, er wird überhaupt keine Probleme haben, die Kraft des Warhammer-Titans zu benutzen. Er hat sich dreimal in den letzten Kapiteln verwandelt, in einem sehr, sehr kurzen Zeitrahmen. Deswegen habe ich da überhaupt keine Zweifel, dass Eren das sehr, sehr schnell meistern wird. Außerdem ist Eren ja auch schon in der Lage, die Verhärtung zu benutzen. Und das ist ja auch irgendwo sehr, sehr ähnlich der Fähigkeit vom Warhammer-Titan. Deswegen bin ich da sehr positiv, dass Eren das sehr, sehr schnell drauf haben wird. Aber eine sehr, sehr dominante Idee, die ich ja auch am Anfang gerade angesprochen habe, ist die, dass Eren mit der Kraft des Warhammer-Titans ja in der Lage sein könnte, den Kristall von Annie zu zerbrechen. Ja, Leute, ihr merkt es schon, ich nehme es immer noch fest an, dass Annie in ihrem Kristall chillt. Leute, ich hatte kurze Zeit mal die Theorie, dass sie nicht mehr darin ist und gemeinsame Sache macht. Aber die ganzen Reaktionen von Eren, von den anderen und so weiter und so fort, die lassen für mich einfach darauf deuten, dass Annie immer noch in dem Kristall drin chillt, dass sie immer noch nicht rausgekommen ist. Und das wäre auch wahrscheinlich der Grund gewesen, weshalb Eren den Jaw-Titan noch mitnehmen wollte, damit er quasi auch Annie rausknacken kann, in Anführungsstrichen. Und ich denke aber, dass der Warhammer-Titan auch ein sehr, sehr guter Nussknacker sein könnte, so wie der Jaw-Titan. Aber warum ist der Warhammer-Titan denn eigentlich auch ein guter Nussknacker, aus meiner Sicht? Das will ich euch natürlich auch noch erklären an dieser Stelle. Nun, der Hammer des Warhammer-Titans war in der Lage, Erens Verhärtung zu durchschlagen. Es war, glaube ich, in Kapitel 101, wenn mich nicht alles täuscht, als Erens Kopf auch noch abgeschlagen wurde als Titan. Deswegen glaube ich, dass dieser Hammer des Warhammer-Titans auch dazu in der Lage sein könnte, den Kristall oder das Kristallmaterial zu zerstören. Und so viel wollte ich an dieser Stelle nur noch einbringen. Deswegen, Leute, finde ich es nicht für ausgeschlossen, dass Eren Annie aus ihrem Kristall rausholen will. Ob jetzt lebend oder tot, das sei mal dahingestellt an dieser Stelle. Aber was ich nur noch mal krass finde, ist, dass der Warhammer-Titan mittlerweile die dritte Titan-Wandler-Kraft von Eren ist. Und das ist schon meiner Meinung nach ein bisschen ungünstig. Ich finde es selber so. Wie empfindet ihr das? Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich persönlich finde es immer cooler, wenn die einzelnen Titan-Wandler-Kräfte auf mehrere Personen verbreitet sind. Dass man mehrere coole Charaktere hat, dass man größere Kämpfe haben kann. Die haben immer mehreren Titanen und nicht, dass irgendwie ein Titan-Wandler ankommt, der dann drei, vier Kräfte in sich hat und der kämpft dann gegen zwei andere. Das ist für mich irgendwie nicht so Action geladen. Deswegen fand ich zum Beispiel auch die letzten Kapitel sehr, sehr gut. Eren war der einzige Titan, der alleine quasi gegen die anderen drei, vier Titanen gekämpft hat. Wenn man Rainer jetzt noch mit dazu zählt. Deswegen fand ich das schon schade. Und es wäre cooler, wenn mehrere Titanen gegeneinander kämpfen. Und dahingehend finde ich es nicht ganz so toll, dass Eren jetzt den dritten Titanen bekommen hat. Aber die Situation hat es, wie gesagt, nicht anders hergegeben. Aber schreibt mir in die Kommentare. Wie habt ihr das empfunden? Wie empfindet ihr das? Findet ihr es auch zu krass, dass Eren jetzt die dritte Kraft hat? Hättet ihr auch lieber, dass es ein anderer bekommt? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, Leute. Lasst uns darüber diskutieren. Kann ja auch sein, dass euch das total gefällt, dass Eren jetzt alle Titanen-Wandler-Kräfte bekommt. Denn das habe ich auch sehr häufig gelesen, dass viele von euch glauben, dass Eren jetzt alle Titanen-Wandler-Kräfte sammeln will. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, Leute. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Falls euch dieses Video hier gefallen hat, dann dürft ihr das Ganze natürlich liebend gerne mit einem Like supporten. Auch kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht schon getan haben solltet. Und eure Kommentare, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Falls ihr auf dem Discord, Twitter oder Instagram vorbeischauen wollt, die Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Und ja, Leute, ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder.